Wir sind der DRK Ortsverein Ulm, TRW Neu-Ulm, Kinder helfen Kindern, TSV Adenweller, Feuerwehr Neulinge, J.F. Langenau von der Rettungshundestaffel Ulm, aktive Spieler vom TSV Neu-Ulm, von der Jugend, vom TSV Ludwigsfeld, vom Technischen Hilfswerk, Ortsverband Geislingen. Die Stimmung ist heute wirklich hervorragend. Super Plätze, super Atmosphäre. Super hier die Stimmung. Super Atmosphäre.